Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Video. Ja, wie der Titel schon verrät, hat es was mit der Gamescom zu tun? Seht ihr wahrscheinlich in letzter Zeit öfter. Viele größere YouTuber, beziehungsweise allgemeine YouTuber, machen nur noch Gamescom-Videos. Wir sind hier, wir sind dort und ja, wir sind auch da. Aber erstmal im Hintergrund läuft mal wieder ein Battlefield 3 Gameplay und zwar ein Squad-Deathmatch auf den Noscher-Kanälen mit dem Sturmsoldaten. Und ja, die Waffe könnt ihr ja sehen und ist bestimmt auch allen bekannt. Aber falls ihr dieses Gameplay scheiße oder langweilig findet, dann schickt mir eure Gameplays, wenn ihr es besser könnt. Und zwar per Repeture. Ihr ladet auf Repeture die Gameplays hoch, schickt mir eine Nachricht mit dem Betreff Gameplays. Oder Gameplay, scheißegal. Und dann werde ich mit dem Link natürlich und dann werde ich diese Gameplays runterladen und ja, mit ein bisschen Glück ist euer Gameplay im nächsten Video zu sehen. Und ja, das war es erstmal dazu. Ja, zu der Gamescom. Der Lars und ich sind dieses Jahr auf der Gamescom-Videos. Wir haben natürlich auch nicht so einen weiten Anreiseweg wie der Pear. Der Pear hat es auch aus zeitlichen Gründen leider nicht geschafft. Aber nächstes Jahr versuchen wir alle drei da zu sein. Und ja, wie gesagt, der Lars und ich sind auf jeden Fall da. Ich die ganzen vier Tage von Donnerstag bis Sonntag durch. Von 10 Uhr bis, genau wie lange geht die, 20 Uhr oder so. Oder ich meine am Sonntag von 9 bis 18 Uhr. Auf jeden Fall bin ich jeden Tag da. Und ja, werde da ein bisschen spielen wahrscheinlich. Ich weiß nicht, welche Spiele und so. Ich bin ja noch keine 18. Beziehungsweise Bettenfield und Call of Duty fällt da natürlich aus der Reihe. Der Lars könnte das natürlich schon alles machen. Vielleicht macht er das auch, keine Ahnung. Wir gehen eher spontan zu Gamescom. Und ja, werden wir mal gucken, was wir da so machen. Der Lars ist da von Freitagnachmittag bis Sonntag. Der ist ja, wie gesagt, zweieinhalb Tage da. Und es auf jeden Fall reicht. Beziehungsweise reicht vollkommen. Um ein paar Spiele anzutesten und anzuspielen. Falls Leute von euch uns suchen. Wir werden ab Freitag zwei T-Shirts anhaben. Der Lars und ich. Ja, unser P&B Games T-Shirt, sag ich mal so. Ist ein weißes T-Shirt mit dem Logo drauf. Und ja, mit hinten. Everything's done for you. It's half the fun. Und es steht auf dem Rücken und die Namen. Das heißt, damit würdet ihr uns erkennen. Vielleicht mache ich noch ein Video, wo ich die T-Shirts dann einbinden lasse. Beziehungsweise ein Bild davon mache und sie im Video integriere und einblenden lasse, damit ihr die T-Shirts genau sehen könnt. Ja, falls ihr uns sucht oder beziehungsweise uns sehen wollt und ihr mit uns reden wollt, könnt ihr uns natürlich einfach ansprechen. Und dann vielleicht können wir einfach zusammenzocken. Zum Beispiel FIFA-Leute, wenn ihr zuschaut hier. Vielleicht mal eine Runde FIFA 14 und so. Das können wir alles machen. Gamescom ist einfach nur... Ich war letztes Jahr, war ich ein Tag auf der Gamescom. Das ist einfach nur ultra geil. Und ja, wenn Leute von euch da sind von FIFA oder von LOL. Zum Beispiel beim Lars, LOL kann man da auch spielen. Zockt ihr einfach mal eine Runde LOL oder eine Runde FIFA. Ist auf jeden Fall ganz cool. Zum Beispiel, man kriegt auch zum Beispiel jetzt für... Für die Leute aus League of Legends bekommt man freie Skins, beziehungsweise umsonstige Skins. Die werden da, ich glaube rumgeworfen, verlost und so weiter. Genauso wie Headsets, Tastaturen, Mäuse, USB-Sticks und keine Ahnung. Ist einfach wie eine Party eigentlich, so gesehen. Nur halt so für Gamer, sag ich mal. Und ja, verdammt verschiedene Spiele. Und ja, ich wollte mal fragen, so, weil ich werde auf jeden Fall, wenn die Gamescom vorbei ist, ein Gamescom-Video machen. Beziehungsweise werde ich auf der Gamescom halt so viel möglich aufnehmen, wie funktioniert. Aber ich möchte wissen, was überhaupt. Was wollt ihr sehen? Zum Beispiel, wollt ihr Bilder sehen von größeren YouTubern auf einer Bühne? Wollt ihr sehen andere Spiele, wie ich zum Beispiel, oder mit dem Lars halt Spiele spiele, so FIFA 14, so einen kleinen Ausschnitt, von der ganzen Gamescom? Oder wollt ihr, keine Ahnung, wenn ich ein paar Abonnenten finde, um mich ansprechen, wollt ihr, dass ich sie interviewe und sie ihre Meinung zur Gamescom sagen oder zu verschiedenen Spielen, wie zum Beispiel Call of Duty oder Battlefield ist ja ein großes Thema. Oder Xbox One und Playstation 4. Könnt ihr einfach mal drunter schreiben, was ihr ungefähr sehen wollt. Ich bin ab morgen da, beziehungsweise ich werde wahrscheinlich erst ab Freitag aufnehmen. Donnerstag ist eher so für mich der Chill-Tag, ist der erste Tag. Da werde ich mich erst mal umgucken und so weiter und so fort. Und ab Freitag, Samstag, Sonntag werde ich dann meine Kamera mitnehmen, Fotos machen, vielleicht ein paar Videos. Und ja, aber ich muss halt wissen, was ihr unbedingt sehen wollt. Und ich kann eigentlich, keine Ahnung, was könnte ich verstehen, so Interviews sind eigentlich ganz gut. So, ich werde ein paar Fotos machen von größerem YouTube, von Commander Krieger, Pete Smith und so weiter und so fort. Könnt ihr mal drunter schreiben, was ihr genau sehen wollt. Und dann, ja, werde ich es umsetzen. Und Sonntag ist die Gamescom vorbei, werde ich ungefähr ab, keine Ahnung, Montag, Dienstag, das Video fertig schneiden, hab ja noch Ferien, hab ja genug Zeit und werde ich es hochladen. Auf jeden Fall, wer noch keine Gamescom-Karte hat, kommt zu Gamescom. Es gibt für den Samstag, gibt es keine Karten mehr, Donnerstag und Freitag wird knapp. Man kann aber eine Nachmittagskarte kaufen, das heißt, man kann einfach ab 2 Uhr da hinkommen und dann gibt es eine Nachmittagskarte, kommt ihr auf jeden Fall rein. Und ja, kommt auf jeden Fall alle zu Gamescom. Wird auf jeden Fall richtig geil dieses Jahr. Und ja, Gamescom-Karte kostet ungefähr 10 Euro. Ja, das war es auch schon wieder von mir. Auf jeden Fall, kommt zu Gamescom. Ich sage nochmal, auf jeden Fall riesengroße Party. Ist einfach unendlich geil und ein Erlebnis. Ja, Gameplay endet hier und ja, ich wünsche euch heute noch viel Spaß. Bis dahin, tschüss!